Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Scam-News-Folge. Ja, Dev-Update Nummer 68 ist heute rausgekommen. Ihr kriegt die Folge von mir einen Tag später seriiert. Ich hoffe, dass es für euch okay anders geht sich, weil diesmal ist es tatsächlich ein bisschen mehr und die Übersetzung hat ein bisschen länger gedauert. Aber ja, kommen wir erstmal zu Twitter. Bei Twitter war es leider wieder mal nur ein einziges Bild. Es gab auch recht wenige Kommentare, allerdings ein was in Textform. Dazu kommen wir gleich aber erstmal zu dem Bild. Wir sehen eine SKS mit Bayonet. Das ist wohl eine Waffe, die sie sich dementsprechend schicken lassen haben, um die dann ins Spiel reinzukriegen. Das heißt, wir bekommen die SKS ins Spiel rein. Sehr, sehr nice Waffe. In anderen Spielen tatsächlich eine sehr, sehr gute Waffe, muss man sagen. Ich spiele da auf EFT beispielsweise an. Und ja, neue Waffen im Spiel sind sehr, sehr nice. Das hält das Spiel so ein bisschen am Leben. Wir freuen uns natürlich momentan auf die SCAR-H und die SCAR-L-Variante, die jetzt dann erstmal kommen werden mit Version 095. Die Version der SK, oder die SKS selbst, wird übrigens nicht mit Version 095 kommen, sondern mit Version 1.0. Das war bereits bestätigt. Sonst tatsächlich bei Twitter nicht wirklich was Neues dazu zu sehen. Allerdings gab es auch noch einen Post. Ich werde jetzt nicht die Textform sagen, aber ich sage, worum es geht. Und zwar wurde mit dem Hordensystem gerade gespielt. Ja, Hordensystem. Der eine oder andere hört es vielleicht zum ersten Mal, aber es soll auch Horden in Scum geben. Allerdings nicht so wie jähnliche 7 Days to Die. Ihr müsst euch das jetzt nicht so vorstellen. Oder in No More and Survived oder wie auch immer. Stellt euch das bitte nicht so vor. Das wurde auch geschrieben. Hordensystem so ähnlich, ja. Wurde dazu geschrieben. Es ist jetzt nicht so, dass eine Horde kommt und eure Base angreifen wird. Kann natürlich auch passieren. Aber es ist wohl dann eher in Richtung, ja, man ist irgendwo unterwegs und es kommt dann mal eine Horde irgendwie zusammen, die sich zusammenrotten können in Städten und so weiter und so fort. Ist ein bisschen schwammig das Ganze, aber eben eine Art Horde, die dann sich zusammenfinden wird und euch angreifen wird. Wie genau das aussieht, erfahren wir mit Version 0.0.5 vielleicht dann schon. Wäre zumindest ein erster Schritt in Richtung, ja, KI und so weiter, Optimierung. Denn da muss ein bisschen was kommen zu Version 1.0. Soll es ja NPCs geben, es soll eine Story geben, es soll Quests geben, mehr oder weniger, die wir machen können und so weiter. Und so fort zusätzlich soll Attack 0.1 endlich auch mit Personen, also mit NPCs anwesend sein. Da muss ein bisschen was in der Richtung auf jeden Fall kommen. Optimierung der Puppets und so weiter. Und da ist nur eine Horde, doch ein ganz schönes Ding. So, kommen wir zum Dev Update 68. Und da gibt es auch sehr, sehr coole Neuigkeiten. Hier das Dev Update 68. Nun, ja, unter anderem kriegen wir ein paar Bilder serviert von der Reboot Infogamer. Da war Game Empires. Mittlerweile könnte er Scum zu Game Empires. Die haben das Ganze ja aufgehauft. Deswegen wird auch ein bisschen Druck in Richtung Version 1.0 gemacht. Mehr oder weniger, danke dafür. Und ja, es wird versucht, das Team ein bisschen aufzustocken bei dieser Messe. Unter anderem gab es auch Verlosungen. Hier sehen wir mal ein, zwei Bilder auch davon. Es gab eine wunderschöne Scum-Jacke zu gewinnen. Es gab T-Shirts zu gewinnen und so weiter. Und so fort dann auf dieser Messe, die glücklich nicht sich schätzen konnten, dort zu sein. Haben sowas bekommen. Übrigens, der Wert eines Scum-T-Shirts ist im Beitrag beschrieben von 50 Liegestütze. Das heißt, ihr schafft 50 Liegestütze und ihr bekommt ein Scum-T-Shirt dafür anscheinend. War wohl eine Challenge auf dieser, ja, Ausstellung letztendlich. Hier sehen wir noch ein paar Bilder dazu. Und hier die glücklichen Gewinner des Ganzen dann auch nochmal. Aber kommen wir zum wichtigen Teil. Es wurde auch versucht, hier nochmal Programmierer natürlich für das Scum-Team zu gewinnen. Das ist wohl auch gelungen. Das heißt, einige neue Kollegen wurden anscheinend gefunden für das Scum-Team. Sehr, sehr schön. Denn je mehr Leute es sind, desto mehr Inhalt, desto schneller bekommen wir unser Zeug. Und desto mehr Fun haben wir letztendlich. Also, sehr, sehr nice für uns. Kommen wir nun aber zu den Programmierern. Arbeiten an den Replikationsgrafik. Arbeiten am improvisierten Flammenwerfer. Funktionalität. Das heißt, der wird auch bald kommen. Wahrscheinlich aber nicht mit Version 0.95, könnte ich mir vorstellen. Das wird erst nachgereicht. Wahrscheinlich mit Version 1.0, könnte ich mir denken. Genauso beispielsweise wie die SKS. Wir werden auf jeden Fall die SCAR bekommen mit der 0.95. Dann Codeüberprüfung, Fehlerüberhebung, Überarbeiten des Handwerkssystems. Da bin ich sehr gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Auf jeden Fall kann es ja noch besser werden. Fehlerüberhebung im Begegnungsmanager. Und jetzt das wichtigste Fertigstellung der Navigationslinks für Türen und Fenster. Ich interpretiere da vielleicht ein bisschen zu viel rein. Aber es soll ja eigentlich kommen, dass Puppets unter anderem Türen aufmachen können, durch Fenster springen können und so weiter und so fort. Das würde das Spielsystem komplett für manche Leute zumindest über den Haufen schmeißen. Für mich gar nicht so sehr, weil ich bin kein Fan davon, wie man es in einem Game machen kann. Beispielsweise man rennt durch eine Stadt, geht dann nach einem Haus rein, springt durch ein Fenster, alle Puppets rennen einen hinterher und man schießt dann lustig mit seinem Bogen die Puppets durch das Fenster ab. Oder mit seiner Waffe, was auch immer. Ich bin da kein Fan von. Ich mache die so weg. Schön wäre, wenn es tatsächlich reinkommen würde, weil dann würden alle, die diese Taktik benutzen, komplett ins Leere laufen und hätten riesige, massive Probleme. Gerade auf Hardcore-Servern sehr, sehr geil, wenn dann 20 Puppets durchs Fenster kommen oder einer die Tür aufmachen kann. Ich würde es sehr, sehr feiern. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob wirklich das damit gemeint ist. Es ist so ein bisschen, ja, offen. Navigationslinks wurde nur dementsprechend im Original-Blue-Post gezeigt. Aber, ja, da kann man viel rein debattieren. Gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt und was ihr davon halten würdet, wenn Puppets Türen öffnen können oder durch Fenster steigen können. Ich würde es tatsächlich ein bisschen feiern, aber das Spiel würde dadurch um einiges härter werden. So, Arbeiten am Tutorial-System, Debugging von Physik-Problemen, Arbeiten am modularen Pick-Up-Truck, immer noch, ja, immer noch, Implementierung neuer UI-Assets. Dann haben wir Level-Design, Überarbeitung der Schneefunktion, Bereinigung der Vegetation, Fehlerbehebung, Retextuierung und Optimierung der Küsten-Architektur. Also, da werden wir ein bisschen was Design-mäßiges wieder kriegen, natürlich, vom Level-Design. Dann haben wir das Kunst-Team, Fertigstellung der Scheinwerfer. Hier sind tatsächlich nicht Scheinwerfer gemeint, da leidet mal wieder die deutsche Übersetzung, sondern es sind, äh, eine Stirnlampe ist tatsächlich gemeint. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es hieß, aber, ähm, auf jeden Fall ist eine Stirnlampe, kein Scheinwerfer fürs Auto gemeint, sondern eine Stirnlampe, die kommen wird ins Game, die man dann mit Akkus und Batterien betreiben kann. Das ist sehr, sehr nice, gerade für uns natürlich, die das Ganze streamen oder Let's Playen auch, denn das Spiel ist teilweise sehr, sehr dunkel. Mittlerweile habe ich es in den Griff bekommen bei mir tatsächlich. Man sieht jetzt im verlassenen Bunker was, wenn es da dunkel ist bei mir im Let's Playen. Ich bin da sehr froh drüber, dass das funktioniert hat, äh, zumindest mehr wie vorher. Und, äh, tatsächlich, so eine Stirnlampe ist da eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Besser wie die Lampe nur an der Waffe zu haben. Arbeiten an einem neuen Konzeptbild, Fehlerbehebung, Arbeiten an neuen Wii-Assets, Arbeiten am Fahrzeug-LODs, Arbeiten an der Anpassung der Chili-Tarnung für neue Waffen, äh, da beispielsweise SKS, Gar, Flammenwerfer und so weiter und so fort, was alles reinkommt ins Game. Arbeiten am neuen Trailer, Arbeiten an der modularen Innenausstattung des Pick-Ups, äh, da soll ja zusätzlich, ich sag's immer wieder, es sollen zusätzliche Tanks kommen, äh, Motor-Tuning und so weiter und so fort. Mehr Taschenplätze oder mehr Plätze auf dem Dach zum Beispiel, damit das Ding mehr, mehr Kapazität hat und so weiter. Da gibt's ja einiges, was kommen soll. Nicht nur für den Pick-Up-Truck, sondern für alle anderen Fahrzeuge natürlich auch. Sogar für Quatsch, Boote und so weiter. Arbeiten an der Fortbewegung des Charakt-, äh, der Charaktere. Arbeiten am Feuerwehrhelm. Dann haben wir das Sound-Team. Da haben wir die, äh, Fehlerbehebung, äh, Implementierung von Pick-Up-Sounds. Dann QA, CM, da eigentlich ist Neues, Jagd, Cheater, Bannen, hier, da und so weiter und so fort. Nichts, äh, Spektakuläres tatsächlich. Und dann haben wir das Design-Team, Einrichten neuer Gegenstände, Portierung von Hans-Werks-Rezepten auf das neue System. Da eben bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, die setzen das sehr gut um. Es ist jetzt nicht schlecht, aber es ist tatsächlich ein bisschen Verbesserung. Kommt da, sollte da auf jeden Fall reinkommen. Andere Spiele machen das viel, viel besser. Und Arbeiten an Tutorials. Mit Version 1.0 werden wir vernünftige Tutorials bekommen. Für uns alte Hasen des Games ist es kein Problem. Aber für neue Spieler, die mit Version 1.0 definitiv dann auch kommen werden, wieder zu scummen. Auf jeden Fall eine schöne Geschichte. So, das war es auch schon. Ja, so wie es aussieht dann diese Woche eher wahrscheinlich nicht die Version 0.9.5. Wir warten nach wie vor gespannt und mittlerweile ein bisschen verzweifelt auf die neue Version. Lässt ein bisschen auf sich zu wünschen. Richtig, Problem wird eher sein, dass Version 0.9.5 eben die letzte Version sein wird, die vor der Version 1.0 eben auch kommt. Ich glaube nicht, dass wir nochmal irgendwie einen Zwischenschritt machen werden. Theoretisch wäre es möglich. Ich hoffe aber nicht, mit Version 1.0 soll wirklich krass viel Zeug noch dazu kommen. Unter anderem eben KI und so weiter und so fort. Für NPCs, Questsysteme und so weiter. Das ist tatsächlich ein Haufen, Haufen Arbeit. Aber ja, wir hoffen einfach mal, dass Version 0.9.5 jetzt kommt. Wir neu anfangen können mit der Staffel 8 als Let's Play. Und ich hoffe, ihr seid wieder zahlreich dabei. Gerne abonnieren, gerne ein Gefällt mir da lassen, gerne einen Kommentar mal da lassen. Ich freue mich da wirklich sehr. Und ja, unsere kleine Community wächst auch. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Update oder im Let's Play. Tschöö. Gerne auch mal zum Livestream. Tschöö.